Willkommen hier in Impfingen bei profi-schnapp.de im Showroom. Hier ein ganz toller Hukla Relax Sessel Größe Medium CA60 mit Elektrik, sehen Sie hier. Der bis in die Herzwaageposition geht in einem ganz tollen Anzugstoff. Grau, also sehr weich, sehr angenehm. Vielleicht nicht der pflegeleichteste, aber unheimlich angenehm. Hier habe ich vier Tasten, wenn ich hier drauf drücke, passiert nichts. Okay, warum? Wahrscheinlich ist der Stecker nicht drin. Stecker nicht drin? Es passiert immer noch nichts. Wahrscheinlich ist das Kabel, jawohl, ist das Kabel nicht dran. So, aber jetzt habe ich gute Hoffnung, dass wir es hinbekommen. Ich setze mich nochmal rein und drücke drauf. Aha, hier, da geht es nach hinten. Und damit kommt das Fußteil. Wenn ich beide drücke, passiert beides gleichzeitig. Sehr fein, sehr fein. Ich liege sehr bequem, habe hier hinten vor allen Dingen eine tolle Lendenwirbelstütze, was für mich wichtig ist. Ich habe Rückenprobleme. Hier oben ist noch ein Kissen drin, kann aber auch das Kopfteil noch manuell verstellen. Das Sessel ist natürlich drehbar. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, Sie sehen, wie der Sessel kippt. Das ist die Herzwaageposition. Kann ich natürlich so sitzen. Mit den Knöpfen muss man sich natürlich eingewöhnen, aber das haben Sie bald drauf. Und das geht dann einfach durch Strecken. So kann ich auch wunderbar normal sitzen. Ja, ein toller Sessel von Huckla, der auf der Messe Paris ausgestellt war. Ein Sessel vielleicht für Sie. Wenn Sie was Angenehmes wollen und sollen, Sitzkomfort wollen, zwischen 1,65 und 1,85 groß sind, dann kaufen Sie Qualität von Huckla. Wenn Sie kein Leder wollen, hier ist die Alternative. Ein ganz feiner Stoff, graumeliert. Schnappen Sie zu. Oder kommen Sie nach Empfängen. Danke schön und tschüss, Ihr Lutz Reinhardt.